Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es einmal um die Wartungsarbeiten, die ihr morgen in Kauf nehmen müsst zum Start des Pre-Patches 10.0 von Dragonfly, plus 1-2 Tipps, wie ihr halbwegs unbeschadet, möchte ich vielleicht sagen, durch den Add-On oder den Pre-Patch-Launch kommen könnt. Fangen wir erstmal an. Ihr seht, die Wartungsmeldung ist schon seit einiger Zeit da zu sehen, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt oder nicht eingeloggt habt, warum auch immer, wir führen am Mittwoch, dem 26. Oktober zwischen 3 Uhr Central European Standard Time, also 3 Uhr nachts bei uns und 11 Uhr planmäßige Wartungsarbeiten durch. Innerhalb dieses Zeitraums steht das Spiel nicht zur Verfügung. Normalerweise 3 Uhr Beginn für die Wartungsarbeiten ist ja immer relativ normal, das ist nichts Außergewöhnliches, meistens geht das also in so 2 Stunden. Jetzt wird halt der Pre-Patch aufgespielt, da kommt einiges auf uns zu, dementsprechend 8 Stunden Wartungsarbeit. Es kann aber natürlich sein, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, wenn da wirklich alles super glatt läuft, dann kann es auch sein, dass die Server um 9, 10 Uhr wieder funktionieren und ihr zocken können. Kann aber auch sein, den Fall hatten wir auch schon, ich glaube in Cataclysm kann ich mich mal zurückerinnern, wo es Probleme gab. Kann halt auch sein, dass bis mittags um 2, 3 nachmittags gar nichts läuft. Also damit müsst ihr rechnen. Wenn ihr also Mittwoch Bock habt auf den Pre-Patch, würde ich euch empfehlen, schraubt ein bisschen die Erwartungen zurück, versucht nicht sofort morgens um 10, 11 einzuloggen, da es da eventuell nicht gehen kann. Macht euch ein schönes Frühstück, startet erstmal entspannt in den Tag, lasst Blizzard erstmal machen und dann könnt ihr gucken, was der Tag euch bringt. Also es lohnt sich nicht, sich freizunehmen, um zu sagen, boah, ab 9 Uhr fange ich da direkt an zu ballern, weil da wird es wahrscheinlich noch nicht gehen. Kommen wir zum Thema, wie ihr den Start ins Add-on in dem Pre-Patch ein bisschen angenehmer gestalten könnt. Was ich bisher gelesen habe, ist von vielen Leuten, die Add-ons schreiben, unter anderem der Creator von Weak Auras war dabei, der gesagt hat, dass das Spiel, was den Code angeht, in einem der schlechtesten Zustände ist, die er wohl je gesehen hat. Also diese Leute sind ja auch schon seit Jahren dabei und schreiben Add-ons und machen und tun und in der Regel ist es ja so, wenn ein neues Add-on kommt, oder ein neuer Pre-Patch, sind alle eure Add-ons veraltet und das kann halt zu Fehlern führen, weil die nicht kompatibel sind. Und selbst wenn ihr hier diesen Nupsi habt mit veralteten Add-ons laden, das kann halt immer noch trotzdem zu ordentlich Problemen führen. Jetzt ist es so, dass der Herr von Weak Auras halt geschrieben hat, dass der Code von Blizzard eine Katastrophe sei. Also trotz Beta-Zustand, das wäre in der Vergangenheit nicht so schlecht gewesen, wie es jetzt der Fall ist und dass ihr euch darauf einstellen müsst, sehr, sehr viele Fehlermeldungen zu bekommen durch das Interface am morgigen Tag. Jetzt ist es so, komplett lässt sich das eh nicht vermeiden, aber ich finde es schon, wie soll ich sagen, ähm, es ist bemerkenswert. Wir können uns das nochmal angucken, bevor jetzt jemand sagt, oh, Gisex labert wieder scheiße und macht das Add-on schlecht. Also er schreibt dann noch dazu, viele Probleme werden auf die Add-ons dann wahrscheinlich geschoben, aber das ist nicht deren Schuld. Und in dem Fall glaube ich dem Kerl, weil der macht dann eine Mega-Arbeit oder das Team von Weak Auras macht eine Mega-Arbeit. Die sind schon seit Ewigkeiten dabei. Ich verfolge die schon seit Ewigkeiten und wenn sie sowas schreiben, dann ist im Code von World of Warcraft scheinbar einiges schiefgegangen, nicht gut optimiert. Ähm, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass es kann, ist bei normalen Patch-Launches und so weiter auch der Fall. Aber dass jemand sowas schreibt, das habe ich in fast 15 Jahren WoW sehr selten gesehen. Sagen wir es mal so. Und da ist definitiv diesmal auch Blizzard in die Verantwortung zu ziehen an der Stelle. Das heißt, wie könnt ihr da halbwegs unbeschadet durchkommen? Prinzipiell, wenn ihr spielen wollt, einfach nur würde ich euch erstmal empfehlen, macht alle Add-ons aus und spielt nur mit dem rohen Client von Blizzard. Das ist, denke ich, eine sehr, oder ist eine vernünftige Alternative. Dann, worauf ihr euch einstellen könnt, Weak Auras, die sind auch nicht mehr aktuell. Die müsst ihr euch in neue ziehen, beispielsweise wego.io. Ähm, alle anderen Add-ons könnt ihr aktualisieren über beispielsweise Curse Forge oder ihr macht es manuell, aber geht halt davon aus, dass es da auch am Anfang noch ein paar Probleme gibt. Und was ich zum Beispiel machen werde, ich war ja jetzt am Anfang, ja, wie soll ich sagen, nicht so der Riesenfan von dem Blizzard UI, was sie da gezeigt haben, weil ich sagte, brauche ich nicht. Aber ich werde jetzt zum Beispiel so Sachen runterschmeißen. Äh, Bartender halte ich jetzt für überflüssig. Klar habe ich mit Bartender noch mehr Möglichkeiten, das zu kustomisieren durch, äh, das Add-on-Mask dazu. Das sind quasi dann Skins dafür. Und ich habe jetzt halt hier dieses Profiles Keyboard Binds, das brauche ich dann auch nicht mehr. Das Interface von Blizzard allein um die Leisten anzuzeigen, ist ganz gut. Und so, wenn ihr unnötige Add-ons dann runterschmeißt und, ähm, dann guckt, was, oder brauche ich das überhaupt? Kriege ich das, was ich brauche? Und ich brauche halt einfach nur die Leisten in verschiedenen Größen und ich will mir direkt Keybinds drauflegen können, ohne im Menü zu gehen. Das kann ich dann auch mit Blizzard und so spare ich mir ein bisschen Speicher, äh, von Add-ons. Das ist auch eine Option, wie ihr ein bisschen besser da durchkommen könnt. Aktualisiert immer eure Add-ons und ebenfalls Tipp. Es gibt auch Add-ons, die habe ich tatsächlich auch drauf. Error-Filter. Das, normalerweise, wenn ihr irgendwas mit eurem Interface nicht stimmt, kriegt ihr Lua-Errors angezeigt. Ich würde euch empfehlen, Tipp von mir persönlich, wenn ihr auch so ein Add-on drauf habt und ihr spielt ansonsten mit gar keinen Add-ons. Dann würde ich euch empfehlen, macht das Add-on drauf, lasst es aktiviert, denn es wird höchstwahrscheinlich, das war meine Erfahrung aus der Beta, sehr viele Lua-Errors geben, die seitens Blizzard kommen, wo ihr keinerlei Einfluss drauf habt und das nervt. Dementsprechend, da ist Error-Filter nützlich. Wenn ihr aber euch ein neues Interface gebaut habt und ihr kriegt Lua-Error fernab vom Blizzard UI. Also es kann ja auch mal sein, den Fall hatte ich auch am Anfang, dass ich mich irgendwo verbastelt habe und dann haben irgendwelche Funktionen in meinen Add-ons diese Fehler ausgelöst. Es ist nicht die galanteste Version, dann so ein Add-on zu installieren und zu sagen, ja, da läuft was nicht, aber ich lade mir jetzt das Add-on runter, das blockt das alles. Sondern, wenn ihr euer eigenes Interface baut und dadurch entstehen Fehlermeldungen, deaktiviert das Add-on, aktiviert es gar nicht erst, whatever und guckt. Es steht ja dann immer drin, welche Zeile oder welche Funktion in einem Add-on das auslöst. Das ist auch nicht so schwer auszulesen. Und dann macht euch dran und versucht herauszufinden, wenn ihr Sachen ändert, ob ihr diese Fehler dann sparen könnt. Weil ich weiß, viele benutzen dieses Add-on, ich ja auch, aber ich gucke halt immer erst, löst mein Interface von meiner Seite aus kaum Fehler aus. Und dann kann ich das anmachen, weil ab und zu so ein Lua-Error hast du dann doch mal. Aber die liegen nicht unbedingt in meiner Hand. Aber wenn ihr jetzt ein Interface bastelt, was so komplett zerschossen ist, kann das Spiel bei euch halt auch extrem mies laufen. Und durch so ein Add-on wisst ihr dann halt nicht, woran es liegt. Und bevor ihr euch dann aufregt und sagt, boah, Blizzard ist schuld, macht es lieber ordentlich. Oder verwendet. Wie gesagt, erstmal das Standard-UI, bevor sich der, oder nachdem sich dann, bis sich der Nebel, der Nebel des Krieges der Add-ons erstmal gelichtet hat. Damit auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Ich wünsche euch einen entspannten Start morgen in dem Pre-Patch. Viel Spaß. Man sieht sich bestimmt mal. Schaut gerne auf Twitch rein. Ich werde wahrscheinlich streamen. Twitch.tv slash G6 Gaming. Lasst auch hier gerne ein Abo da, wenn ihr keine News verpassen wollt. Und damit bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit, ihr süßen Mäuschen, reingehauen.